Ossan Kabak ist zum Rookie der Saison 2018-19 in der Bundesliga gekürt worden. Der Innenverteidiger des VfB Stuttgart wurde in einer Fan-Abstimmung gewählt, dabei setzte er sich unter anderem gegen Ache auf Hakimi, Borussia Dortmund und Dodi Luquebakio, Fortuna Düsseldorf durch, obwohl Kabak nur ein halbes Jahr bei den Schwaben spielte. Sieben Spieler standen insgesamt zur Auswahl, davon drei von späteren Absteigern, neben Kabak, Nicolas Gonzalez, beide VfB und Matthäus Pereira 1. FC Nürnberg waren auch Hakimi, Luquebakio, Reisnelsen, TSG 1899, Hoffenheim und Evan Dicker, Eintracht Frankfurt unter den Kandidaten. Für Kabak ist es nicht die erste Auszeichnung dieser Art, vor wenigen Monaten wurde er bereits als bester Neuling im Monat März ausgezeichnet. Im Januar wechselte der mittlerweile 19-jährige Abwehrspieler für 11 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul in die Bundesliga, auf Anhieb spielte er sich in die Startelf des späteren Absteigers. 17 Pflichtspiele bestritt der türkische U18-Nationalspieler in gut vier Monaten, alle von Beginn an, dabei gelangen ihm drei Tore. Sein Aufenthalt bei den Süddeutschen könnte allerdings von kurzer Dauer gewesen sein, der Bild zufolge soll der Youngster für eine festgeschrieben Summe von 15 Millionen Euro gehen dürfen. Aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Summe haben mehrere namhafte Vereine bereits ihre Fühler nach Kabak ausgestreckt, neben dem FC Schalke 04 sollen auch der FC Bayern München und Atletico Madrid interessiert sein. Bundesliga-Ruckis Die Klasse von 2018 19. Spielermannschaft Ushan Kabak VfB Stuttgart Nikolas González VfB Stuttgart Matthäus Pereira 1 FC Nürnberg Kachrauf Hakimi Borussia Dortmund Dodi Luki Bakio Fortuna Düsseldorf Reis Nelsens G 1899 Hoffenheim Even Dicke Eintracht Frankfurt Let's block It's Why? Düsseldorf 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 Düsseldorf